Alter, amm Boah, scheiße, ah, nice Wo ist denn eigentlich unser Auto jetzt hin? Hehehe, jetzt Was? War da so ein Kleinspin? Alter! Nein! Wieso bin ich denn ausm Auto ausgestiegen? Weil das irgendwie Felschirm ist Alter, unser Auto ist fast Schrott Cheez Ich weiß da nicht wohin, aber egal Oh ne! Ich bin umgekippt! Ich hab mir Herausforderungen abgeschlossen Flugzeit, ne? Ja LOL LOL Hehehe Nein, verdammt! Ich weiß nicht, was? Kann nicht drehen! Verpfiffst euch von meinem Auto! Guck mal die Räder an! Sieht an voll Dreh uns mal! Red nicht! Schieb uns von hinten! Schlag mal mit Nahkampf drauf! Boah, wie stark ich bin, ey! Hehehe Schag mal nochmal! Dein Auto! Oh, verdammt! Ehh! Alter, hör mal auf jetzt! Okay, okay! Hehehe Ich... Ich... Ja, Kör mal! Ja! Der ist hier hinten! Einfach geradeaus! Wie mach ich Boost? Okay! Boah! Ich mach sich ja die Finger! Geht's drinnen? Boah, drei Quests! Ach, warte! Wir haben's schon angenommen! Ich bin der Halo-Ghost im Rhein spaziert! 132er steht im Angebot für nur 3.000... Nein! Ich steck fest! Schlag mal! Nein! Falsch! Okay! Okay, okay! Nein! Ich bin nicht falsch eingestiegen! Lure, Schlag mal! Alter! Was... Was machst du denn hier? Ich kann ja schon den Weg! Ja, Alter! Kannst du mal sehen! Wo müssen wir denn hin? Hier! Wollen wir auf Tobi warten? Äh... Das ist jetzt Quatsch! Okay! Wir sagen aber auch nicht, dass irgendwelche Waffen von ihm hier sind! Die lassen wir einfach liegen! Sondern es bleibt mit 50.000 Damage! Nein! Boah, jetzt erst mit den Lenken ist voll komisch, Alter! Alter! Da gewöhnt man sich schnell dran! Wenn du richtig lange Balllands gezockt hast! Äh, hier sind... Äh, so Turbinen, die du alle aktivieren musst, ne? Ich muss erstmal da hinkommen! Oh, scheiße! Das war schon eine! Kannst es ja auch ver- Oh mein! Hehehe! Hehehe! Das hab ich extra gemacht! Hehehe! 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 Alter, da kommt so ein Vieh! Hehehe! Los, schlag! Wer ist für dir gleich! Hehehe! Aussteigen los! Aussteigen! Hehehe! 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 Neu. Tott! Hehehe! Neu! Tot! Nol! Tott! das wird dann muss ich erst mal nachladen mit dem Wiederschnitt in der Welt wird gar da hinten Leute während des Facebooks fügst du fein in der Nähe Schadenschaden zu cool gleich mal so bei der MZ und er wird zwar recht vor die man hinterm Auto Los, du musst dich immer so hinter deinem Geschützer schicken. Belebt mich mal, bitte jemand. Wo bist denn du? Ich werde schon mit uns. Leute, Tobi ist schon da. Geil. Tobi, der Retter in der Not, Alter. Wir lassen mich einfach hier verrecken. Na klar. Schieß weiter. Leute, ich bin... Na, so ein Schlescher. Schlescher. Die Fresse. Nein. Hinter dir. Wo? Leute, ich bin so nah an allen Rand, Alter. Läu. 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 Guck mal, wie die am Verrecken sind. Läu. 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 Ja, die ist schlechter. Hier ist ne SMG. Toll. Da oben müsste ne Wachenkiste sein, glaube ich. Ja, da wollte ich eben schon horror. Ich bin wieder runtergefallen. Hier kannst du hoch. Hier an der Seite ist ne Treppe. Ja, ich spring. Minentor-Schlüssel. Ah, nee, doch nicht. Tobi, Minentor, ne? Tobi, Minentor. Tobi, Minentor. Ist nicht lustig. Ich finde das irgendwie schon lustig. Egal, komm. Ich bin oben. War ja nicht ne Waffen da. Oh, was haben wir denn hier? So, öffnen und runterschmeißen einfach. Ah, ich hab den letzten Turbine aktiviert. Komm, lass einfach rein. Ey, erungenschaften. Noi. Nice, Blitz SMG. Effekt, ich geb. Scheiße. Ich hab die gar nicht. Leute, doch. Danke. Oh, wie geil. Alter, komm, wie ewig du schießt. Was gab's noch so? Nur die. Äh, Turbine B, wo ist die? Hab ich schon. Ich hab schon alle Turbinen angemacht. Ach so, nice. Was? Was haben wir jetzt noch? Ach, ein Abflug. Rex getötet. Gibt's noch irgendwo Autos, Loris? Was? Hier ist ein Schild. Ah, geht das voll schlecht. Schau mal, im Sitz klebt irgendwas. Hey, Mann, nimm uns mit. Lass mich fahren, Loris. Ich kann ihn mitnehmen. Nein. Doch. Wir können schnell rennen. Hallo. Können wir einfach abgehauen? Hm. Ja, ich fahr mit. Ich nicht, ich glaub. Nein, ich will dich gar nicht. Oh, du Penner, Alter. Mann, mein, jetzt klebt irgendetwas. Äh, was ist das? Neun Rack. Ja, die müssen wir auch töten. Alter, ich werd die ganze Zeit nicht angegriffen von denen. Ich muss hier eh aussteigen. Warum? Weil wir die Racks hier oben töten müssen. Und legen ihn fest. Okay, mach das. Ich pass auf, dass Tobi nicht reinkommt. Ich töte die mit Granaten, wenn ich sie treffen würde. Los, bitte, bitte, bitte. Das wär doch so awesome. Ich werd hier gleich gekillt, wa? Ah, das geht ja aber auch aus dem Auto. Ach, dass hier alles rausfliegt. Was sind das da links für ne... Shotgun & Rifle ist das, ne? Oh, oh, die kommen hier nur noch 28 HP. Kriegt euch! Jetzt würdest du dir wünschen, dass Tobi und ich da sind, ne? Ich hab einfach nur F gedrückt. Ehe, wer sitzt da drinne? Hehehe. Das Auto kaputt. Martin, hau ihn raus! So, wir haben noch... Fang den Wind. Ne, wir haben noch nicht alle Turbinen aktiviert. Ich will noch einen. Steck mal aus, dann kann ich mich auch teleportieren. Bist du mir nachgelaufen? Ja, steck mal aus. Ne, warte. Steck mal aus. Drück mal zwei. Ich sterbe. Dann kannst du... Kannst du ein neues Auto machen. Tobi, wir leben wieder. Ich hab ich schon. Fahrzeug generieren. Wo seid ihr? Ich fahr aber wie so ne besenkte Sau, ne? Oh ja. Fertig, das war's. Fertig. Das war's jetzt. Die beiden noch abgehen. Abgeben. LOL! Könnt ihr mich irgendwie mitnehmen oder so? Ja, ich hol dich jetzt ab. Ja. Hol mich ab. Wir müssen mitnehmen. Wir müssen mitnehmen. Wir müssen mitnehmen. Wir müssen mitnehmen. Drück mal C. Fahr doch. Nein, mach nicht. Lass doch mal Neo fahren. Nee, ich will ja nicht fahren. Ich weiß ja gar nicht wo es lang geht. Fahr rein, Loris. Ich schieße. Ich schau es nicht. Ich schau es mir nicht. Haha. Hat gerebt. Und 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 und. Oh nein. Ich kann nicht aufsteigen, also ich krieg R. Hast du mal das abgestimmt? Haja. Wo ist unser Auto? Ey, wollen wir mal Flugzeit machen? Habe ich schon. Das geht noch viel mehr. es gibt drei drei steigungs los rein das schild ist ja mal komm rein oder hin flugzeug machen flugzeug flugzeug wir wissen was das noch mal das auto so hängt wir müssen dann mal langsam auch die aufnahme beenden aber flugzeit machen wir noch oder ja los macht v zu schubsen nein also los starken an der seite an der seite schlagen also bleibt bleibt immer hinter mir nein es ist falsch gewesen los geh hinter mir geh raus geh raus doch möchte das aber auch er hat er stimmt ja okay blöcke warte ich machen näher näher nur die reifen dürfen hängen er hat doch es war er hat er er war nix noch mal mir sie hat einfach voll lösche gegen waren ich weiß auch voll weit doch die hängen jetzt hier im flug zwei herausforderungen das ist kein flugsimulator und im flug auto wie ich hängt perfekt glaube ich tobi schuss mal bitte klatsch mich rein klatsch uns rein seite das die die herausforderungen heißt im orbit ne ich hab mal nicht also das war nix ich hätte jetzt im flug bekommen und das ist kein flugsimulator ja hab ich auch flugsimulator hab ich auch noch nicht schubst du ein bisschen voran nein hatte noch nicht ich mach das schweiz wieso fliege ich auf einmal noch weiter oder was er ist so ein versuch nur dann müssen wir aufhören ich muss mich mal langsam ins bettchen dann nein los jetzt schlag uns mal runter ey da darf ich mal voll lutsche gegen euch fahren ich hab mal ich hätte ich fliegt auch noch mal zweit nein nicht gegen fahren ja super für den Sack ich werde nicht legen hier wollen wir krepieren nein zu weit egal ich gebe euch ihr vielleicht geht das nicht mehr zwei drinnen sitzen ich glaube wir haben das letzte mal irgendwie so komisch an der ecke gemacht nein nur die räder dürften hängen ich hange eben an einem rat alter loris und tschüss oh nein ist kein drüber geschmack ade auch wieder na gut dann sag ich mal beenden wir mal die aufnahme für heute wir sehen uns dann wieder in der nächsten folge 9 gren お nord d n n n n n d n n n n